Kannst du bitte nach meinen Reifen schauen? Ich glaube, wir sind abgefahren. Können Sie noch bitte nach meiner Scheibe gucken? Ich habe hier einen Steinschlag. Das wird sofort erledigt! Können Sie bitte noch nach dem Motor schauen? Ich glaube, etwas stimmt damit nicht. Das ist kein Problem. Wie haben wir das Problem? Kolben! Kolben! Ich hasse Kolben! Mit meinen Scheinen davon stimmt etwas nicht. Können Sie bitte noch schauen? Aber natürlich! Sie haben Recht! Können Sie mir noch einmal einen Ölewechsel machen? Aber gerne doch! Was? 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 Ja! Viel besser als Mineralöl und auch besser für Umwelt ist Mineralwasser. Oh mein Gott! Wee! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020